Herzlich Willkommen am Wilden Kaiser in Gohing im Hütlingmoor. Jeden Donnerstag bieten wir eine Familienwanderung an, die eigentlich sehr spannend ist. Beginnen tun wir bei der Aschingerkapelle, Ortsteil Ascher und da starten wir los. Zuerst wird die Pflanzenwelt erkundigt und dann geht es eben zum Hütlingmoos, wo wir die Tierwelt erkunden. Im Wasser kann man Libellenlarven finden, Eintagspflegenlarven und die sehr räuberischen Gelbrandkäferlarven. Und dann geht es weiter zur fleischfressenden Pflanze, dem Sonnentau und Spielen dazwischen ist natürlich auch immer möglich. Da gibt es die Seilbahn oder Flying Fox wie manche sagen und dann gibt es den Erkundungsturm, den wir auch brauchen um den Geheimweg zu finden, mit dem auf dem Retourweg kommen und dann am Nachmittag, weil die Wanderung dauert ja einige Stunden, gibt es dann eine gesunde Jause, aber die müssen sich selber pflücken. Am Ende kühlen wir unsere müden Beine in Gebirgsbach ab. Es würde mich freuen, wenn ihr mal mitmachen würdet. Es wird uns gemerkt. Let's go from word hen admiten wir uns. Woops! Musik 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 gu Testament Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020